hey leute wir nehmen euch jetzt gleich mal auf eine kleine fototour mit das heißt wir fahren zum zellerhorn das wetter heute morgen das war eigentlich noch ja ziemlich regnerisch und ja finde ich aber es hat sich jetzt mal ein bisschen verbessert die sonne kommt bisschen durch das heißt schnallt euch an dann sehen wir uns beim salon laufen dort ein bisschen und dann zum glück oder wenn wir glück haben sehen wir dann auch die gute aussicht auf das schloss besser gesagt die burg und sondern bis gleich so 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 wir sind jetzt schon fleißig auf dem weg auf dem zellerhorn zu wandern geht auch hier ein ordentliches stück hoch wir haben hoffentlich doch ganz gut schwein mit dem wetter doch ein bisschen bewölkt aber ja hoffen wir mal dass es da noch mal ein bisschen aufzieht dass wir da noch mal mehr sonne haben aber wir werden auf jeden fall bock und soll dann doch mal noch kurz sehen so 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 eigentlich wollte ich euch auch noch eine coole aufnahme zeigen am zellerhorn von der burg und sollern da war jetzt aber so viel dort los und so viele menschen dort ich konnte euch einfach ich konnte keine gescheite aufnahme machen um es euch zu zeigen aber ich habe euch trotzdem noch eine kurze aufnahme von der burg noch aufnehmen können ich zeige euch auch noch mal ein paar schöne aufnahmen die ich mal ein paar monate vorher gemacht habe auch im winter ist echt eine sehr sehr schöne location wenn ihr wirklich mal eine richtig tolle burg fotografieren wollte hier in süddeutschland kann ich euch auf jeden fall empfehlen es gibt auch einige parkplätze im umkreis sind wirklich befahrbar kommt mit dem auto gut an und ja ich hoffe euch hat dieser kurze ausflug mit mir gefallen lasst doch mal gerne daumen hoch subscribt dann können wir noch weitere touren erkunden und ja dann würde ich mal sagen bis bald ciao ciao